Nach neun Monaten Der deutsche Nationalspieler will seiner Borussia am liebsten sofort wieder helfen. Doch Dortmunds Trainer Peter Stöger bremst ihn. Ein Comeback von Marco Reus im Bundesligaspiel von Borussia Dortmund gegen den Hamburger SV ist noch offen. Er hat in dieser Woche komplett mittrainiert und hat keine Rückschläge bekommen, sagte BVB-Chefcoach Peter Stöger am Donnerstag. Und weiter, ich gebe ihm Zeit, sich zu finden. Man werde mit dem Spieler zusammen eine sinnvolle Entscheidung treffen, ob der seit dem Pokalfinale 2017 verletzt ausfallende Offensiv-Mann Reus am Samstag, 15.30 Uhr, Sky und im Live-Ticker bei t-online.de, gegen den Tabellenverletzten aus Hamburg wieder für den BVB auflaufen kann. Stöger, wir wissen, dass er gerne spielen möchte und er weiß, dass wir ihn gerne dabei hätten. Fraglich ist das Mitwirken von Mario Götze. Mal sehen, sagte Stöger über den 25-Jährigen. Götze war am vergangenen Freitag beim 3-Doppelpunkt-Zwei-Erfolg der Borussia bei Stögers ehemaligem Klub 1. FC Köln wegen Rückenproblemen kurzfristig ausgefallen. Es geht ihm wieder besser, bemerkte Stöger. Der protugiesische Europameister Rafael Guerreiro fehlt gegen den HSV wegen muskulärer Probleme definitiv. faced你要 schifft auf den국 Sale� sitzisch BFA